Hey ihr da draußen! Freut euch auch schon so auf Weihnachten? Ich mich nämlich auch. Und weil ich es auch satt habe zu warten und ich euch das Warten erleichtern möchte, gibt es jetzt jeden Tag hier auf diesem Kanal ein neues Video bis Weihnachten. Also 24 Videos an 24 Tagen. Und das ist das erste Video. So und bevor jetzt hier irgendwas weiter geht, würde ich sagen, hier fehlt doch irgendwas, oder? Kleinen Moment. Ja, so ist das Ganze doch schon viel besser. So einen heißen Tee an so einem kalten Tag. Ja, das ist schon was Tolles. So, ja, warum ich überhaupt dieses Video mache? Ich wollte euch so ein bisschen einführen in diesen Adventskalender. Denn es gibt ein paar Besonderheiten. Nämlich zum einen, es gibt 24 Videos. Und zum anderen gibt es besondere Videos. Denn wir werden nicht einfach nur irgendwie langweilig jeden Tag nur so kurz. Haha, es ist der zweite Tag. Haha, es ist der dritte Tag. Nein, wir werden immer irgendwas Tolles machen. Das kann sein, wir backen was, wir basteln was. Wir gehen auf den Weihnachtsmarkt. All die ganzen Sachen. Ja, der Adventskalender wird jeden Tag zwischen 15 und 16 Uhr erscheinen. Und, ähm, ich hoffe, er gefällt euch. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr an Weihnachten liebt. Und, ähm, was ihr an Weihnachten gerne macht. Interessiert mich mal. So, würde ich sagen, ich trinke meinen Tee weiter und wir sehen uns morgen. Tschüss.